Willkommen und hallo zu einem neuen Part von Dead Island und ihr fragt euch bestimmt, warum seid ihr jetzt nicht mehr in dem eigentlichen Außenposten in dieser Stadt und diese Frage wird Rico euch jetzt in einem ausführlichen Statement beantworten. Naja, ausführlich nicht. Halt das Aufnahmegerät hat eine Macke gehabt und dadurch sind alles 15 Minuten eingangs. Technische Probleme. Menschliches Versagen würde ich sagen. Ne, so weit würde ich nicht gehen. So weit würdest du nicht gehen, okay. Also, um hier nochmal auf... Damit ihr auch wieder hier draufkommt. Wir haben eine Quest angenommen. Sind dann... Also ich hab dann ganz schnellstmöglich ein Auto gefunden, hab Rico den Arsch gerettet, hab ihn dann hierher gefahren, wir sind ins Labor eingedrungen und von einem Deutschen, äh, ähm, das verführt an seinen kranken Experimenten, Alter, geht der mir auf den Sack, äh, teilzunehmen. Und, äh, jetzt haben wir gerade einige Zombies getötet. Ja, die mit Fleisch werfen. Mit ihr eigenem Fleisch nach uns. Aber das dürft ihr leider nicht sehen. Rico meinte, äh, das ist nichts für euch. Äh, doch, die kommt später. Ich hab eigentlich gesagt, ne, lass uns das auch zeigen. Aber Rico meinte, ne, ich hab keinen Bock darauf, ich lösche das mal lieber. Nein, nein. Da kann man leider nichts machen. Schade. Hier, das hab ich auch gerne gezeigt. Alter, jetzt komm ich hier nicht weg. Ich bin ran vorbei gelaufen. Oh, Mann. Alter. Diesmal bin ich über den Busch gekommen. Wie komm ich hier bitte weg? Oh, du testest von mir? Ja, die Frage wird sich hin andern, wenn es bläkt. Gut, gut. Gut, gut, gut. Ich verwirr, wie ich meine Tests baute. Ich brauche nur ein Problem. Ich brauche nur ein Problem. Du gehst wieder mit diesem Mann? Das ist tatsächlich ein deutscher Wissenschaftler anscheinend, der auf einen sehr blöden deutschen Akzent hat. Ja, etwas nervt. Oh, Blut-Test-Maschine! Oh, ich hasse das wirklich. Sie sind etwas seltsam, Sir. Das nervt doch, diese Alpshände. Ja, so ein bisschen. Hä, wo muss man selbst hin? Pff! Oh mein Gott! Wir ramponieren sein Labor! Oh, no shit, Sir. No, it is not what you think. Their resistance to the virus has kept you from... Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? In the fifties, oh man. Alter, jetzt ist mal gut hier, hör auf zu reden. So. Eine Karte, der... Der Tunnel. Hallo, pick up! Oh, thank God, I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. The tunnels sound like they might be a bitch, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? Und läuft alles mit der Aufnahme? Yep. Also kein plötzlichen Anfall. Hier, der hat eine Belohnung. Betäubungspistole. Lol, eine Waffe. We need more data for my research. Oh fuck, jetzt hab ich auch B geduld. Will you help me with... Huh? With the research? With the research? We need your own quest. Quest abgeschlossen. Was der noch eine Quest für uns? Ja. Ne, jetzt... Da war ein Ausrufe sei. Wo müssen wir jetzt hin? Warte... Ja. Ja. Ja, okay. Die Quest heißt Haus Gottes. Warte auf mir! Äh, ich hab jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, Reko. Wie weit sind wir mit der Zeit? Was ist? Äh, vier. Also fünf. Jetzt. Na, bis zehn Minuten kannst du noch, oder? Äh... Sagen wir... Ich kann dir sieben geben. Oder acht. Mehr nicht? Nee, mehr kann ich dir wirklich nicht geben. Und das ist schon sehr, sehr großzügig. Weil ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Ja, schade, dass der eine Part nicht geklappt hat. Das ärgert mich. Ja. Alter! Dieser Typ geht mir so auf die Eier. So, da kommt ein Zombie an ihn laufen. Du kommst ja auch die ganze Zeit-Einladung. Äh, ne. Und hier war dieses Labor, wo wir drinnen waren. Ja... Willst du Auto fahren, oder ich? Ich töte den jetzt erstmal, ja. Lass ihn in Ruhe. Mir kann nix gemacht. Den darfst du töten. Töte den! Alter, wie viel ist das denn hier? Töte den! Töte den! Töte den! Töte den! Töte den! Töte den! Weitere Minuten. Jetzt komm, fahr los. Ja, ja. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Oh, fahr. Fahr einfach. Ganz weit weg. Fahr einfach, ich seh nichts. Ja, fahr einfach die Straße entlang. Das gibt irgendwie nicht eine Möglichkeit. Und dann halt ich gleich, ähm, das ist ganz zum Anfang. Ja. Wollen wir jetzt hier Schluss machen, oder wie lange kannst du noch? Ja, ja, aber da können wir nochmal hinfahren. Fahr doch mal hin. Komm ich da jetzt hier hin? Ja. Ja, jetzt wärst du gerade falsch. Warum war ich falsch? Nein, nein, jetzt ist richtig. und bleib raus. So, und gleich rechts. Ja, hier geht's nur nach rechts. Nee, du kannst auch geradeaus. Du bist gerade vorbeigefahren. Zurück, zurück. Ja, wenn du den Weg meinst, da komme ich neben dem Auto lang. Soll. Nicht? Nein. Hier kommst du nicht weiter. Da, krug. Was für eine Scheiße. Töte dich doch mal. Ja, töte dich doch mal, wenn du vor mir stehst. So. So, komm. Ein bisschen können wir noch. Ganz bisschen. Komm, lauf, lauf, lauf. Wir schaffen es noch bis dahin. Nur Levelaufspiel. Hm. Wo bleibst du denn? Ich habe gerade deine Fähigkeiten ausgerissen. Ich glaube, wenn wir ankommen, müssen wir Schluss machen, ok? Jo. Muss ich den ausmachen, oder was? Ja. Ja, ist los. Ah, unglaublich. Wirklich unglaublich. So, du schaust dich. Oh, komm, wir säubern jetzt noch zum Abschluss, dass das Missionsgebiet landet ist. Ja, keine Gnade zeigen. Pretty impressive. Geh zurück, Rico. Ja, geh ich zurück. Du hast mich gesprengt. Ich habe mich auch gesprengt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die alle kommen. Aber ich habe auch alle mitgerissen. Ja, ja, ein paar sind noch da. Ja, guck, wie die liegen. Ich habe alle umgebracht. Das war das Opferwert, Rico. Oh, fuck. Was ist das für ein Typ? Das ist wie er so ein großer. Weg. Lock ihn mal zu mir. Lock ihn mal zu mir. Ich bin gleich tot. Lol. Will der von mir? Ich habe gerade einen Bucket. Das sind 10, oder? Du bist ja wieder tot. Neue Ausdauer. Die hat er auch noch überlebt. Alter, Alter. Ich habe da einen totalen Buck drin. Und wenn ich Sachen werfe, irgendwann hört er dann auf. Irgendwann kann ich dann nicht mehr werfen. Ne. Ne, helfe das einfach nur noch so. Und dann kann ich drücken, was ich will. Das wäre jetzt die Betäubungspistole, ne? Du hast deine Kettensäge weggeworfen. Ich will die gar nicht wegwerfen. Alter. So, das war es jetzt mit dem Park. Also bis zum nächsten Mal. Äh, in einigen Wochen. Ja, einige Wochen. Dann bis dann. Ciao, ciao. Oh, hier ist der Part. Ende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.